Es ist wieder Zeit für ein Blitz-Review. Wir haben wieder fünf Spiele rausgesucht, die wir in letzter Zeit gespielt haben und über die wollen wir heute sprechen. Hallo, hier sind die Hausis, Tanja, Thorsten und Familie Enterich. Und ja, wir haben wieder fünf Spiele und in diesem schnellen Format reden wir mal eben über diese Spiele, damit wir halt einen kleinen Eindruck schon vermitteln können, was wir denn da gespielt haben und wie es uns gefallen hat. Und es geht schnell in diesem Video und deswegen wollen wir die auch direkt loslegen. Wir fangen wieder mal mit einer kleinen Schachtel an. Genau, mit einer ganz kleinen Schachtel. Wir haben wieder alles nach Größe sortiert, wie in den letzten zwei Folgen. Ist ja heute die vierte Folge. Und von den Spielen haben wir drei kleine Spiele, die auch quasi jetzt im Moment gut in die Zeit passen. So als Wichtelgeschenk, Mitbringsel, wie auch immer zwischen 9 und 13 Euro. Und vom preislichen her ja wirklich so ein kleines Mixbringsel-Spiel. Und wir fangen mit dem ganz Kleinen an und das ist Higge. Richtig, Higge ist ein dänischer Lebensstil für Gemütlichkeit, weitestgehend. Das steht jetzt hier so in der Anleitung auch drin. Ja, ist aber auch bekannt hier aus der, ich sag mal vorsichtig, aus der Klatschpresse, wie auch immer. Da liest man das, hat man es sehr oft gelesen oder gehört. Oder auch halt in so Wohnraum, Ambiente, Zeitschriften, will ich es mal vorsichtig sagen. Da hat man das auch sehr oft gehört. Das ist dieses Lebensgefühl. Gibt es schon etwas länger, gibt es auch sämtliche Hobbys, Themen zu. Und ja, aber kommen wir zu deinem Spiel. Hast du es empfunden? Also tatsächlich kommt so dieser Lebensstil ein bisschen rüber, weil thematisch haben wir Karten in einer Auslage, wo wir immer eine Reihe oder Spalte nehmen dürfen. Dann sind darauf Tiere und auch diverse Gegenstände, die die Tiere so in dem Winter für sich haben möchten. Ob das ein Pantoffel ist, ob das ein Buch ist und Handschuhe oder auch die begehrten Nüsse und ähnliches. Und die Tiere, damit sammelt man dann die Gegenstände an und die Gegenstände geben am Ende Punkte, nicht zu gierig sein. Am Ende die Karten, die man noch offen liegen hat, die nicht eingeigelt worden sind, gelagert worden sind, das sind Minuspunkte. Ja, also wir haben das ja zu zweit gespielt und drei Partien hintereinander. Der Funfact war dabei, ich habe verloren, weil ich falsch gezählt habe. Und ich war hier am Ende, war ich total frustriert. Es kann doch nicht sein, dass ich gar keine oder so weh kaum Punkte mache und eher so viele. Ja, was war? Ich habe falsch gezählt. Muss man natürlich auch machen. Man sollte bei der Abrechnung natürlich richtig zählen. Er hat es am Anfang richtig erklärt gehabt, aber ich habe irgendwie das im Laufe des Spiels vergessen gehabt. Und ja, das Besondere bei dem Spiel ist, man legt die Karten in einem bestimmten System aus und man darf sich halt quasi eine Reihe nehmen, waagerecht oder senkrecht. Und ja, es ist schnell gespielt. Also mir hat es Spaß gemacht, war eigentlich ganz überrascht, habe nicht viel erwartet von dem Spiel und habe in dem Fall auch mehr bekommen, als ich erwartet habe, weil es hat Spaß gemacht. Ich bin gespannt, wie es mal ist, wenn man es mit mehreren Leuten spielt. Dann kann es schon ein bisschen ärgerlicher werden vielleicht, wobei wir uns auch bei zwei Personen geärgert haben. Wenn der eine gesehen hat, man sammelt das, dann hat man das schon wegnehmen können. Und ja, also das ist unsere heutige erste Empfehlung. Durchaus nettes, taktisches Spiel. Mal ebenso viel Handtasche. Dann kommen wir zum zweiten Spiel. Ähnliche, fast gleiche Größe, aber auch knapp im Zehner. Die Rede ist von einer Neuheit bei Game Factory, Wimberweb. Da färb ich mir sofort ein Ohrwurm da drin. Vielleicht wisst ihr, was ich nicht meine. Ja, genau. Dieses Spiel ist ein reines, vorsichtig, zwei bis vier Personen Stichspiel, aber konzipiell eigentlich als Zwei-Personen-Spiel. Hat einen netten Kniff dabei, nämlich der alte Löwenkönig ist tot. Es gibt einen neuen König, das machen die beiden Spiele unter sich aus. Der Clou hierbei, in der Auslage liegen vier Karten verdeckt, vier Karten offen bei jedem. Sechs hat man auf der Hand. Und das sind ganz einfache Stichregeln, aber jedes Tier bringt hier noch eine Besonderheit mit, die sehr schnell erklärt und auch lange im Gedächtnis bleibt, dass man sofort ruckzuck nach der zweiten Runde sofort drin ist. Ja, also wir haben es auch schnell gespielt. Und es hat, also für ein Stichspiel, wir mögen ja Stichspiele, hat es mir auch sehr gut gefallen. Und gerade weil es halt für zwei Personen viele Stichspiele, die wir im Schrank haben, wir haben ja wirklich eine ganze Sammlung an Stichspielen, die sind oftmals ab drei Personen. Oder mir gefallen sie halt ab drei Personen meistens dann am besten. Und bei dem, ja, das hat mir doch ganz gut gefallen und spiele ich gerne jederzeit mit. Genau, ich habe es schon ein paar Hunden mehr gespielt als du musst. Ah ja, stimmt ja. Ich habe das nämlich schon auch auf der Arbeit mitgenommen und da ist es auch gut angekommen. Oder ich habe es auch mal spätabends auf einem Spielewochenende mit jemandem anderen gespielt, dem hat es auch ganz gut gefallen. Tatsächlich bin ich hier auf die Dreiervariante und auf die Vierpersonenvariante noch gespannt, die hier drin sind. Bei drei spielt jeder gegen jeden, bei vier ist es zwei gegen zwei in einem Teammodus. Möchte ich auch gerne mal spielen und das ähnliche Feedback habe ich auch schon von der Arbeit mitgekriegt. Zu viert will ich das auf jeden Fall auch mal austesten. Ja, dann müssten wir es mal machen. Das dritte Spiel, auch wieder ein kleines Spiel. Ja, der Titel ist ganz lustig. Und zwar? Der Marsch der Krabben. Ja, genau. Und ja, bei dem Spiel habe ich mir auch nichts beigedacht. Und doch, ja gut, so ein Zwei-Personen-Spiel, wo wir halt, ja, ist doch ein Zwei-Personen-Spiel. Das ist ein reines Zwei-Personen-Spiel, genau. Wo man halt quasi aber miteinander gegen das Spiel spielt. Und auch da habe ich gesagt, ach ja, so ein kleines, süßes Verpackung, ach ja, machen wir mal, wird wohl nicht schwer sein. Also wir haben zwei Partien gespielt und zweimal einen auf der Nase gekriegt, muss man sagen. Schnell war das Spiel vorbei, schon hat er mal wieder verloren. Aber es ist ja der Reiz bei diesen Art von Spielen, wenn man Koop-Spiele macht, dass man halt quasi nicht sofort gewinnt, sondern dass man auch ein bisschen einen Wiederspielreiz hat eigentlich. Der Clou hierbei, es ist ein kooperatives Zwei-Personen-Spiel. Jeder steuert eine Krabbe und über eine Auslage an Karten, weil wir wollen unsere Freunde retten vor Gegnern, die wir nicht bekommen wollen oder nicht drauflaufen wollen. Der Clou dabei, die beiden Spieler sitzen sich gegenüber, dürfen nicht miteinander reden, sondern jeder steuert die Krabbe, seine Krabbe, der eine nur waagerecht, der andere nur senkrecht. Und dann muss man so... Ja, wir krabben ja die gleiche Krabbe. Ja, aber der eine, aber eben halt nur in eine Richtung, also horizontal, der andere nur waagerecht. Genau, und man muss wissen, was der andere in dem Moment hat. Man hat verboten, die Gegenstände, die man nicht drunter gucken möchte. Und jede Runde, wenn einer dran ist, muss er zuvor erst mal noch gegen eine Karte aufdecken und die noch platzieren, sodass es auch dann später ist, immer enger wird, wo man noch hin kann. Wie du schon sagst, zwei Runden haben wir schon gespielt, zwei Runden verloren, 15 Minuten steht drauf. Die haben wir auch locker gebraucht, also da sind wir meistens sogar schnell, wenn das Spiel gespielt wird. Ja, ich war hinterher frustriert und gesagt, boah, aber wir werden es nochmal spielen auf jeden Fall. Wir müssen das ja mal gewinnen und es gibt ja auch noch eine Erweiterung oder Schwierigkeitsgrad. Wollte ich gerade sagen, Erweiterung gibt es nicht, aber wir haben das Grundspiel gespielt. Aber es sind hinten dran, jetzt muss ich selber noch mal kurz gucken, waren das sechs oder zwölf? Nein, elf, elf Abenteuersenarien, wo also nochmal so eine kleine Geschichte von den Krabben erzählt wird und so ein bisschen Sonderregeln dazukommen. Denn, soweit ich das mitbekommen habe, so geht es auch aus der Anleitung, die auch sehr schön geschrieben ist. Mal Spaß, die zu lesen. Das Ganze basiert, glaube ich, auf einem französischen Comic mit diesen Krabben, glaube ich, wenn ich das wirklich mitgekriegt habe. Und dieser Humor, der liest sich also auch schon in der Anleitung. Ja, die habe ich nicht gelesen, aber wir werden es nochmal spielen. Ich freue mich auf weitere Partien und möchte auch wissen, wie dieses Abenteuer weitergeht. Ja, ich freue mich auch auf weitere Partien, aber ja, an dem Tag brauche ich vorher positive Spiele, wo ich schon gewonnen habe, bevor ich das wieder auf den Tisch habe. Aber jetzt kommen wir auch wieder zu etwas Positives. Ich meine, die anderen sind auch positiv, aber jetzt auch ein etwas größeres Positive. Passend in die kalte Jahreszeit. Passend in die kalte. Hier habe ich immer Funfact. Ich habe immer Probleme bei dem Spiel. Ich sage immer, wenn wir was spielen wollen, sage ich immer Nunatak oder wie auch immer. Es heißt Nunatak. 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 Mein Gott. Aber ich kann mir diesen Namen einfach nicht merken. Und wenn ich dann dieses Spiel irgendwie auch immer nenne, Thorsten weiß mittlerweile dann Bescheid, dass es von mir immer wieder einen neuen Namen kriegt. Irgendwas. Das Spiel der unausgesprochenen Worte. Ja, genau. Oder ich sage demnächst Tempel aus Eis. Das ist dann der Untersatz dazu. Ja, wollen wir doch mal erst mal zum Spiel kommen. Es ist ein Spiel für ein bis vier Personen. Also wir haben es zu zweit bis jetzt erst gespielt, aber auch mehrmals. Und mir hat es sehr gut gefallen. Es ist halt mal so ein Aufbauspiel, wo man halt so kleine Türmchen baut. Ja, jeder hat seine Eisklötzchen und muss dann quasi gucken, dass man Tempel final am Ende oben errichtet. So eine Stufenführung. Sie will richtig schön was wachsen dabei. Also es ist auf jeden Fall, ja, man muss gucken, dass man natürlich die richtigen Karten sammelt. Wir sammeln Karten bei dem Spiel und wir können natürlich andere, also den Mitspielern die Karten wegnehmen. Aber es gibt natürlich auch bei zwei Personen den Ärgerfaktor. Es spielt halt ein anonymer Mitspieler mit quasi, der halt uns auch regelmäßig dann Karten wegnimmt, indem wir das aber selber bestimmen. Das ist das Besondere daran. Das ist halt ein Dummy-Spieler dabei. So 50-50 Prozent. Also da wird aufgeteilt die Farbe von dem. Jeder kriegt ein paar Würfel von dem Spieler und die muss man halt mit verbasteln. Und das finde ich aber ganz gut, weil so kann jeder von uns quasi das ein bisschen beeinflussen. Mir macht es Spaß. Bin gespannt, wie es mal zu viert zu spielen ist. Zu dritt, zu viert, würde ich es auf jeden Fall mal ausprobieren wollen. Hat mir auch richtig Spaß gemacht. Und wie gesagt, ich finde es schön, dass tatsächlich mal was in die Höhe entsteht. Das ist ganz anders. Also ich meine, man braucht für das Spiel ein bisschen mehr Platz. Dafür, dass es so ein leichtes Spiel ist, braucht es viel Platz. Aber... Alter, 10 plus steht drauf. Ich glaube, das ist auch schon so ganz okay, weil tatsächlich die Regeln selber sind sehr einfach und intuitiv. Die sind leicht von der Hand zu gehen. Aber tatsächlich die Art und Weise, wie ich Punkte aus dieser Kartenauslage generiere, die muss man vielleicht so ein bisschen versuchen, ein, zwei, drei Runden vielleicht versuchen können, raus zu planen, sage ich mal vorsichtig, um vielleicht das beste Ergebnis rauszuholen. Ja, also mal was Besonderes, was anderes auf dem Tisch. Vom Material her, der Klampart, der Skimpart so schön, ne? Ja. Ja, mit den Klötzen, als wir ausgepackt haben, dachte ich schon so, Ossa, was ist denn da drin? Genau. So, jetzt kommen wir zu unserem fünften Spiel. Ja, und jetzt wechseln wir mal von Eis in den sonnigen Süden, hätte ich jetzt fast gesagt. Genau, das ist jetzt aber auch von den Spielen, die wir jetzt hier stehen haben, das, was von der Komplexität am weitesten ist. Wir haben das Spiel zweimal zu zweit gespielt und ja, es stehen halt 60 bis 90 Minuten drauf. Also wir haben schon 90 Minuten, über 90 Minuten gebraucht. Ja, also die Erstpartie war so circa zwei Stunden, weil man immer wieder auch immer mal in die Anleitung gucken musste, obwohl ich sie vorher schon mehrmals gelesen habe. Ja, denn das merkt man schon in der Komplexität, Alter 14 Plus steht drauf. Die zweite Partie, die haben wir tatsächlich aber in 97 Minuten gespielt, ohne dass wir uns jetzt gehetzt gefühlt haben, sondern ganz gemütlich, weil man dann schon in der zweiten Partie wusste, wie funktioniert das Spiel. Ja, also das Spiel vom Material ist schön, es ist nicht zu viel, es ist nicht zu wenig, das mag ich ja bei so Spielen, wenn die halt auch ein bisschen in die Tiefe gehen. Hier ist es aber auch so, je nachdem, welche Rundenziele quasi sind, die werden ja quasi ausgelost, man legt immer andere Plättchen hin und dann sieht man halt, auf was geht man in dieser Runde, bis halt eine Auswertung kommt, eine Zwischenauswertung. Und da muss man natürlich seine Strategie daraufhin auslegen. Man darf es nicht vergessen, aber man muss natürlich trotzdem gucken, dass man auch an anderen Stellenpunkte kriegt. Also es ist sehr, ich finde es schon komplex für die Materialanzahl. Ja, also grundsätzlich wird das Spiel einmal aufgebaut, ist das Material wirklich sehr übersichtlich eigentlich. Ja. Aber tatsächlich schönes Material, optisch ein schöner Hingucker, weil thematisch sind wir halt in Barcelona, wir bauen da ein Stadtviertel auf. Und wie du schon gerade die Siegplättchen, also die Aufgaben, die Aufträge, die Ziele angesprochen hast, das ist richtig schön verzeiht, weil wirklich permanent jeder irgendwie für sich taktisch, aber auch strategisch ein bisschen überlegen kann, wie will ich mein eigenes Playerboard bespielen, um nachher dann wirklich richtig viele Punkte zu holen. Wir haben uns am Anfang gewundert, weil die Punkte-Marker waren, die gehen über 400. Ja, aber was ist denn das? Aber es ist eine Punkte-Punkte-Schlacht wirklich. Es ist also, es macht richtig Spaß zu sehen, wie man wirklich Runde für Runde mehr und mehr Punkte macht. Wir hatten schon in der zweiten Partie auch locker über 300 Punkte gesammelt. Ja, du über 300, ich über 200. Also wir hatten fast 100 Punkte zwischen uns. Das fand ich jetzt nicht so gut, da müssen wir nochmal dran arbeiten. Also da fand ich den Unterschied, sonst haben wir immer einen knapperen Unterschied, fand ich da doch ein bisschen mehr. Aber ich habe halt beim Spiel halt zweimal einen Fehler gemacht, selber, ich habe mich vertan. Und ich bin halt ein Spieler, wenn ich was falsch gemacht habe, dann bleibt es liegen, Gesetz ist Gesetz. Und ich mag es nicht so gerne wieder umzusetzen, wobei ich schon gemerkt habe, da war ein Fehler. Aber dann, wenn man halt so mal einmal dann die Punkte in einer Runde quasi vernachlässigt oder nicht bekommt, die man vielleicht geplant hat, dann kann das schon ärgerlich sein. Und er hat eine Runde zu früh zugemacht. Hätte ich eine Runde länger gehabt, ich hatte noch einen Punkt, wo ich hätte sehr viele Punkte gekriegen können. Und er hat, bevor ich diese viele Punkte gekriegt habe, hat er wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das ist nämlich hier dabei vielleicht auch eine nette kleine Besonderheit bei so einem Euro-Game. Wir haben keine feste vorgeschriebene Rundenanzahl, sondern wir bestimmen selbst mit den aus dem Beutel gezogenen Bevölkerungsschichten, die wir dann auf dem Spielplan einsetzen, um daraus Gebäude zu bauen, wo thematisch die Leute einsetzen, nämlich dann das Spielende. Weil immer die Mitarbeiter, die Menschen, die da sich ansiedeln, die werden nicht aus dem Beutel weggelegt, sondern die werden dann anschließend auf einem zentralen Tableau verpuzzelt, wo man dann sieht, wann die nächste Wertung kommt. Und nach der dritten Wertung ist Spielende. Und das kann echt schnell vorbei sein, wenn alle die gleichen Farben spielen zum Beispiel. Ja, also für jemand, der das noch nicht auf dem Schirm hat, der auch gerne mal etwas komplexere Spiele mag, die trotz allem von der Regeln her nicht so schwer zu lernen sind, der ist da auf jeden Fall schon mal gut beraten mit. Ich freue mich auf jeden Fall auf Partien zu dritt, zu viert sogar auch, weil am Anfang habe ich gedacht, das muss man fairerweise sagen, Mensch, 60 bis 90 Minuten zu viert, nie im Leben. Mittlerweile nach unserer Zweitpartie glaube ich das durchaus, weil es sind ja... Aber dann müssen die Mitspieler das können. Ja, man muss das Spiel kennen, man muss das Spiel kennen tatsächlich. Aber tatsächlich, dadurch, dass ja, ob zu zweit oder zu viert, es sind ja die gleiche Anzahl an Bewohnern in dem Beutel. Deswegen wird die Spielzeit wahrscheinlich nicht unbedingt mega länger. Ja, das war jetzt unser Blitz-Review. Heute mal ein bisschen länger. Wir haben fünf Spiele euch vorgestellt und ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr davon schon mal was gespielt habt oder was euch denn jetzt am meisten interessiert. Und ja, wir sagen danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Die HAUS ist Tanja. Thorsten. Und Familie Enterich. Tschüss. Tschüss.